Charles-Augustin Saint-Beuvers war ein französischer Literaturkritiker und Schriftsteller. Leben Er erhielt seine Schulbildung in Boulogne-sur-Mer und im Pariser Lycée-Charlemagne und studierte danach Medizin an der Universität Lüttich. Schon früh wurde er wegen seiner poetischen Neigungen Mitglied des sich um Victor Hugo Schaher in den romantischen Literaturzirkels Kenakels. Saint-Beuvers literarischer Aufstieg begann mit Tableau historique critique de la poésie française et du theater français aux physiels von 1828, einer historisch-kritischen Arbeit im Stile F. Walter Scotts. In den folgenden Jahren verfasste er Poesiebände unter Pseudonym. Dunkle, unbestimmte Sehnsucht, überwallendes Gefühl und ein Übermaß von Selbstzergliederung machen seine Protagonisten zu Geistesverwandten des Werther. Nach der Juli-Revolution ließ er sich eine Zeit lang vom Saint-Simonismus mitreißen. Er schrieb für die Pariser Blätter, Glob und National und verfasste mit Volupte einen Roman. Erst mit der Anstellung bei der Revue des Dömondes konnte er seine frühen litera-historischen Arbeiten fortsetzen und seine Talente voll entfalten. Honore de Balzach, der leidenschaftliche Erzähler eigener Erlebnisse, hat ihm in Les Illusions Badus von 1839 in der Figur des talentvisgruppellosen Empourkömmlings Luciam Chardon ein fragwürdiges Denkmal gesetzt. 1840 erhielt Saint-Beuver die Stelle eines Konservators an der Bibliothek Mazarine, 1845 wurde er zum Mitglied der Académie Française ernannt. Nach dem Staatsstreich Napoleons III erhielt Saint-Beuver die Professur der lateinischen Poesie am College de France. Jedoch führten seine Vorlesungen zu Unruhe unter der mehrheitlich republikanisch gesinnten Studentenschaft, sodass er bald Leseverbot erhielt. Da auch seine Lehrtätigkeit an der École normale Superiöre ein jähes Ende fand, zog er sich in das Privatleben zurück. Napoleon III. belohnte seine Dienste im Jahre 1865 durch eine Berufung in den Senat. Rezeption in Deutschland Friedrich Nietzsche, eigentlich ein bekennender Gegner von Saint-Beuver, veranlasste 1880 die Gattin seines Freundes Franz Oferbeck, Ida Oferbeck. Die Cosristo-Lengue die ins Deutsche zu übersetzen. Bis dahin war Saint-Beuver trotz seiner großen Bedeutung in Frankreich noch nie auf Deutsche erschien, da er als Repräsentant einer in Deutschland französischen Denkungsart verpönt war. 1880 erschien Ida Oferbecks Übersetzung unter dem Titel »Die Menschen des 18. Jahrhunderts«. Nietzsche schrieb an Ida Oferbeck am 18. August 1880. Vor einer Stunde, liebe Frau Professor erhielt ich die Menschen des 18. Jahrhunderts, ich blätterte darin und sah dies und jenes gute Wort und hinter jedem guten Wort so viel, viel mehr. Es entzückte mich und zugleich ergriff mich das Gefühl einer tiefen unaussprechlichen Entbehrung. Ich glaube, ich habe geweint und es müsste sonderbar zugehen, wenn dieses kleine gute Buch nicht manchem anderen die Empfindung der Gestalt erregte. Ida Oferbecks Übersetzung ist ein bedeutendes Dokument des deutsch-französischen Kulturtransfers, blieb aber weitgehend unbeachtet. Erst 2014 erschien eine kritische und kommentierte Neuausgabe dieser Übersetzung. Theodor W. Adorno hat die essayistisch-biografische Schreibweise des Saint-Boeufsien-Literaturkritik als bequemen Secondhand-Realismus des menschlich-näherbringens und versierte Oberflächlichkeit charakterisiert. Werke Histoire du Port-Royal Kossris-Doulain Die eine Sammlung seiner in verschiedenen Zeitschriften erschienenen Fotoartikel Chateau-Berion-Te-Sangroup-Literre Poesies Completes Critique Portraits Literaires Portraits Literaires Portraits Contempor 1 La Galerie des Femmes Illibris La Novelle Galerie des Femmes Illibris Deutschsprachige Ausgaben Menschen des 18. Jahrhunderts Übersetzt von Ida Oferbeck, initiiert von Friedrich Nietzsche Mit frisch entdeckten Aufzeichnungen von Ida Oferbeck, neu ediert von Andreas Urs Sommer Die andere Bibliothek Berlin 2014 ISBN 9783847703556 Kauserien am Montag Aufklärung aus dem Geist der Salos HRSG Übers Und mit einem Nachwort von Robert Zimmer Verlag das Arsenal Berlin 2013 ISBN 9783931109615 Literarische Portraits aus dem Frankreich des 17. 19. Jahrhunderts Herausgegeben von Stefan Zweig Zwei Bände Frankfurter Verlagsanstalt Frankfurt am Main 1923 Mit 22 Essays und einer Einleitung Zweigs Literarische Portraits Übers Und J.R.L. Von Rolf Müller AUSW Und eine Von Katharina Scheinfuß Dieterichsche Verlagsbuchhandlung Leipzig 1958 WBG Darmstadt 1958 Siehe auch Marcel Proust Contre Saint-Beuve 1909 Notizen Balzach attackierte seinen Roman Port Royal auch in seiner Zeitschrift Revue Parisien Charles Augustin Saint-Beuve Menschen des 18. Jahrhunderts Übersetzt von Ida Oferbeck Initiiert von Friedrich Nietzsche Mit frisch entdeckten Aufzeichnungen von Ida Oferbeck Neuidiert von Andreas Urs Sommer Die andere Bibliothek Berlin 2014 ISBN 9783847703556 Dazu heißt es in der Presse Kenntnisreich zeigt die Einleitung Wie Saint-Beuve's Opus Nietzsche nach anfänglicher Begeisterung zur philosophisch-bolemischen Phantasmagorie gerinnt und die eigentliche Lektüre in Den Hintergrund tritt über seine Zeitgenossen lesen sich heute noch mit Genuss In NZZ am Sonntag vom 31. August 2014 Beilage neue Bücher 24. Theodor W. Adorno Das Schema der Massenkultur Kulturindustrie In Max Horkheimer Theodor W. Adorno Dialektik der Aufklärung Philosophische Fragmente Surkamp Frankfurt am Main 1981 ISBN 3-518-07494-6 297-335 Zitat S. 306 Theodor W. Adorno Der Essay als Form In Gesammelte Schriften HSG Von Rolf Tiedemann Bd. 11 Noten zur Literatur Dritte Auflage Surkamp Frankfurt am Main 1990 ISBN 3-518-57232-6 9-33 Zitat S. 12 Über Jean de la Fontaine Moliere Jean de la Bruyere Lesage Diderot Madame de Steele Pierre Jean de Baranga Victor Hugo Und Honore de Balzach Da Sir Boy Wer sich Teil Mehrfach literarisch kritisch über den Autor im Lauf seines Lebens geäußert hat, ist die fehlende Nennung der FRZ Quellen in dieser Edition zu bedauern Die Quellen, die aus den O. G. Editionen 1834 bis 1863 Stammen sind in WP wie folgt dargestellt Beim einzelnen Autor ist ein Link entweder als Anmerkung oder unter Weblinks und mit seiner Hilfe kann der Originaltext gelesen werden Zu deutschsprachigen Printausgaben Es gibt TVTL Weitere Ausgaben solcher Porträts, auch auf Deutsch meistens in der alten Schreibweise, Porträts B. Übers V. Stefan Zweig Es gibt weitere, noch frühere Kompilationen, stets mit verschiedenen Dargestellten, je nach den Interessen des HSG Es gibt weitere, noch frühere Kompilationen, stets mit einer Schreibweise, 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 Schreibweise. Schreibweise, 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 Schreibweise.